Insel, natürlich. Wir haben noch eine Inselbegabung. Das eine Ostfest in E2. Wenn du Thorn spielst, Bestie. Ich habe jetzt auch schon gut mit Ulrich gespielt heute. Ich weiß noch, das Match gestern Abend, Alter, wo du die einfach durch die ganze Netflix gefeiert hast. Das war geil, ne? Irgendwie lag das immer krasser, Alter. Vielleicht machen die Serverwartung oder irgendeine Scheiße. Habe ich nicht gesehen, aber ich schaue dazu und esse nebenher meine Pizza. Wie oft isst du eigentlich Pizza, Alter? Was ist denn hier mit Loot? Okay, hier kommen welche, oder? Wollen wir jumpen? Das Game ruckelt wie kacke. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ja, lass mal Ostfeste. Also ich kann es nicht verstehen, weil bei mir ruckelt gar nichts, Alter. Bei mir ist das... Das ruckelt wie kacke. Ich habe 90 FPS, das fühlt sich an wie 30, noch nicht mal. Ich habe es gerade eben gesehen, aber ich konnte es selber nicht nachvollziehen, weil bei mir hat alles die ganze Zeit geklappt. Vielleicht ist es irgendein Grafiktreiber oder so, dass irgendwas nicht stimmt. Mir fehlt jetzt noch eine Q. Hier ist einer. Aua. Alter, ich sehe nichts. Ich habe ihn gestunt. Das ist mein Exit. Mani, mani, mani. Ohne E. Dass ich nicht high-nest. Ja doch. Mach jetzt. Bendo da oben. Ich möchte Geld ausgeben, bitte. Oh, hier ist noch was. Gold, 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 Gold! Goldenes Segeblatt. Oh Gott. Ah, guck auf. Seh nix. Nix da. Ha! Nice. Unechte Truhe. Schafmedaillon. Ich will lieber Schweinemedaillon, sonst kriege ich immer eine Schafmedaillon. Wir waren noch eine Truhe, gell? Ja, dann machst du doch auf. Oh Gott, da ist ein Fass. Au, das hat mir wehgetan. Ultimativer Trank. Geil. Hier brennt es ein bisschen. Aua, heiß. Hi. Boden. E, oder leer, was ist denn? Oh, oder beides. Okay. Wo möchten sie hin? Lassen wir mal die Brücke auf die andere Seite. Ja, das würde ich so sagen. Ich vermisse trotzdem eine Schneemap hier. So schön Schnee. Richtig geil. Ich denke, es liegt an deinem Aufnahmegerät. Wollen wir jetzt noch mal ein Max rauskommen, gell? Ja, wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann, wenn das Game in Free-to-Play übergeht, dann werden die wahrscheinlich eine neue Map raushauen. Habt was gehört hier? Oh, hier ist Geld. Ich denke, es liegt an deinem Aufnahmegerät. Du bist ein Depp. Hat er gar nicht gesehen. Danke. Brauchst dich Potten. Nee, auf meinem Aufnahmegerät liegt es nicht, an meinem PC auch nicht, weil ich habe überhaupt keine hohe Auslastung am PC. Noch nicht mal 50%. Und das... Tappen mit die Ohren, gell? So. Hier kommt einer. Nein. Nein. Alter, was machst du? Junge. Ultimate ready. Hol dir die eh da oben. Habe schon. Ja, dann. Warte mal, hier ist noch ein verwüsteter, ein blauer. Gönn dir reichlich. Hier rennt hoch zum Redsfeld. Wahrscheinlich lebt der Typ wieder, aber lass den Typ direkt klatschen, wenn er wieder lebt. Okay. Nix. Hattest du wohl keinen Bock drauf. Der ist bestimmt irgendwo versteckt, aber hier gibt es keine Büsche. Uh, 2,25. Ich brauche noch 25 Gold. Hier. Waschein! 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 Oh Gott! Sehr schön! Nice! Geil, Hanisch. Ja, dann nimm du den Hanisch. Äh, ich schau mal den Pot rein. Okay, jetzt kann ich mehr die. Oh, hier unten, hier unten, hier unten. Komm mal, komm zu mir, komm zu mir. Mein Krog. Der hat Ulti, aufpassen. Ich würde gerne noch trotzdem zum Vendor. Will ich rein? Oh Gott. Weiß ich nicht, ich will zum Vendor erst. Gut. Was geht? Hi, Jess, was geht ab? Oh Gott. Oh Gott. West Side. Oh. Raus da, raus da, raus da. Nicht stehen bleiben. Oh Gott. Raus da, raus da, raus da. Nicht stehen bleiben. Oh Gott. Ey, das Game ist schon wieder so krass. Okay, ich potte dich. Okay. Okay, ich potte dich. Machen wir mit dem Ding da. Lassen wir das umgehen. Diese Lecks sind ekelhaft. Esst niemals Uni-Kantinen- Was? Uni-Kantinen-Essen. Achso. Ich sitze zu Hause mit verkuppelten Bauch. War ekelhaft. Steht die Bitches nicht. Gott. Sehr schön. Hat er geschiebt? Den habe ich. Wo ist der andere Fricke? Der ist da drin. Egal, die Zunge kommt. Bill, lass den kommen, lass den kommen, lass den kommen. Alter, ich bin geschiebt. Der ist eh tot. Ein Team noch. Ich muss, ich potten. Oh Gott. Egal. Alter. Okay. Boah, den einen hab ich gefangen, den anderen ging nicht. Alter, begibst du mir jedes Mal die R. Kannst da potten? Jo. Ah, schön. Easy. Easy. Alter. So. So.